Jo Leute, was geht ab? Die Funkeltoße mit dem Glitzerarsch ist mal wieder am Start und wir gehen heute erstmal direkt Tilde Towers. Oi oi oi, grüne Schrotze. Oi oi oi, grüne Scheiße. Draußen macht schon einer Baustelle. Ey, ich will mitmachen. Komm her. Oi oi oi, nicht mal getroffen. Und nicht mal Baustellmaterial. Was ist da los? Weiter. Können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das. Bester Mann, baut sich hier hoch, aber vergiss die Kiste zu looten, Alter. Danke. Perfekt. Jetzt bist du dran, mein Freund. Nur, mein Freund, ich weiß nicht, was du getan hast, aber ich glaube, du warst ein Noob und jetzt bist du dort. Ich merke gerade, ich habe Woddy in der Hand. Das heißt, erstmal auf der Treppe saufen. Hui, kurze Pause, Mann. Okay, weiter geht's. Oi oi oi, was sehe ich da? Noch ein 50er? Woddechka, Woddechka, jetzt sind die Bütelchen. Du bist ein paar Staparien, ein paar Staparien, ein paar Staparien. Ohohoho, nochmal ein Wodde für später. Ich höre schon, da hinten haben wieder zwei Leute ihre Periode. Ich muss mal da hin und was klären. Gebäude sanieren, Straßen reparieren, Mitarbeiter schlagen, weil mich je... I'm dying. Help me. What the fuck? Enemy spotted. Fuck, man. Oi, ich glaube, er ist vorne gelaufen. Boom, 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 ich schieße die Scheiße weg. Ich schieße die Scheiße weg und du machst die Schräglage und du bist weg. Ich wälz mich so in deinem Loot. Woddechka, Woddechka, Ich schieße die Scheiße weg und du bist weg. Woddechka, Woddechka, Ich schieße die Scheiße weg. 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 Hoi, Leute und willkommen bei Sleafki Show. Wenn du eine goldene Waffe siehst, dann pass auf. Da ist bestimmt eine Falle, weil irgendein Noob denkt, du würdest reinlaufen. Obwohl du einfach zu gut für ihn bist. Was ein Noob. Bauarbeiter. Können wir das schaffen? Bob, der Meister. Rudy auf Autobahn 140 will fliegen. Obwohl es so eine 80. Vanessa sofort ruft in Polizei. Rudy, Arschloch, keine Führerschein. Was? Ich hab dem Bob-Meister so eine reingezogen. So ein Headshot war das so easy, Alter. Und jetzt will der mich noch snipen. Ja, das kannst du absolut nicht. Noch eine gute Lifehack von mir. Wenn du Gegner siehst, musst du treffen, weil so ein stirbt der nicht. Und jetzt vercampt er sich noch, Alter. Let's go, Mann. Ich werd so draufgehen. Ich seh's jetzt schon kommen. Guck, guck, Alter. Nee, nee, nee. Die Zone denkt auch, sie wäre Sebastian Vettel und holt mich ein. Was geht ab, Mann? Was geht ab? Ich will nicht sterben, Mann. Der Typ hinter mir campt doch. Save da noch irgendwo. Ich seh's schon, da hinten gibt's ein Gratis-Pausenbrot. Puh, da drauf erstmal Woditschka. Ich hab's schon gesehen, die Zone klebt mir richtig am Arsch und ich muss richtig weit laufen. Also, let's go, Leute. Mach mal ne Wandertour. 5, 4, 3, 2, 1 We're going on a trip in our favorite rocket ship Zooming through the sky, Little Einstein Climb aboard, get ready to explore There's a lot to find, Little Einstein We're going on a mission, start the countdown 5, 4, 3, 2, 1 Everyone to rocket, rev it up now We're going on a trip in our favorite rocket ship Zooming through the sky, Little Einstein Climb aboard, get ready to explore There's so much to find, Little Einstein Come on, let's go Little Einstein We need you, Little Einstein Yeah! Yeah, meine Freunde der geklauten Pausenbrote Wir haben's geschafft Und was seh ich da hinten? Ein 50er Wodje! Woddechka, Woddechka Occhin, occhin, nravitsa Stö, je, 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 pire, pizze No, my, postarajemse Woddechka, Woddechka Jötze isbutillachki Lopte, sparen, stapparei Masikla, pashillachka Oh je, oh je, oh je Wurde gerade attackiert Hilfe! Oh nice, da sind zwei Apparat-Modus aktiviert Erstmal eingeholt, let's go Ha! Gotti! Die Zone klebt mir zwar schon wieder am Arsch Aber das hält mich nicht davon ab Mich schön in deinem Loot zu wälzen Let's go Schön zu wälzen Ui, ui, ui Wälzi, wälz Und wenn ich schon dabei bin Kann ich ja noch gleich die Kiste looten Mal sehen, was da wieder für eine Scheiße rauskommt Auf jeden Fall kann ich jetzt wieder bis nach Afrika laufen Ui, ui, ui Hier ist ja jemand Absolut nicht gesehen Absolut nicht gesehen Nur du kriegst jetzt erstmal aufs Maul von mir Junge Junge, schieß doch Mann! Oh mein Gott Ich glaub, der wird mich so rasieren, der Typ Oh, ui, ui, ui Kokus Kokus Ui Junge war Alter Der Typ hat mehr geschluckt als Katja Grasowitsch Alter, was ging bei dem ab? Dafür hat der Typ mir den geilsten Loot seines Lebens gebracht Let's go, dankeschön I need Verbände Call me Verbände I need Verbände To bring me Back To life I've been gone for so long I'm not Here we go Gebäude sanieren Straßen reparieren Mitarbeiter schlagen Weil mich jeden Tag blamieren Ja und die bauen da so fette Häuser Die denken auch, die würden in Fortnite wohnen Okay Leute, jetzt wird's nicht mehr witzig Jetzt leben nur noch 5 Leute Ich hoffe einfach, dass diese 5 Leute so richtige Noobs sind Wie die, die ich da schon gekillt hab Diese 8 Hier ist zum Beispiel einer Komm Pa, 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 ka Alles klar Mein Aim war so on point Meine Fresse, ey Der ist so ne Scheiße Jetzt, jetzt kommt der Struggle Jetzt wird der Struggle real Ich geh jetzt mal auf den Berg Ich hab richtig Panik Arnik, Panik Karnik, Arnik Ui, ui, ui Da hinten wird auch schon massakiert des Todes Was macht der da? Aber der piekt so hässlich Ich kann ihn nicht snipen Ja, 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 ja Jetzt wird's absolut Jetzt ist absolut Guck mal, was macht der hier für ne Scheiße Oh, nee Nee, Alter Jetzt komm Ui, ui, ui Ich hab dich runtergeholt Du kleiner Huni Junge, wie der kämpft, Alter Was geht bei dem ab? Der schwitzt ja mehr Als jeder andere Der schwitzt ja mehr Als würde ich 5 Stunden auf Baustelle arbeiten Bei praller Sonne Was geht ab? Junge, ich hab schon ein bisschen Angst vor dem Ich fahr's ab, ich fahr's ab, ich fahr's ab Fuck this shit, I'm out Okay, okay, Digge Das wird jetzt absolut nicht mehr witzig Jetzt Jetzt kommt der Struggle, Alter Jetzt Hm Ach du Scheiße War das schlecht Let's go Ich sollte mal vielleicht was bauen Das wäre dann auch vielleicht viel besser Genau Ja, aber ich baue wieder so'n Dreck zusammen Ja Digge, was baue ich schon wieder Von der Scheiße, Alter Das kommt, das kommt jetzt davon Weil der Struggle real ist Der Struggle ist realer als alle anderen Was macht der da von der Scheiße? Du bautst ja 50 Basen Ich knall einfach deine Kacke da unten ab Und dann fliegst du Hä? What the fuck, Digge Wieso baut er so viel, Mann? Junge, der denkt auch Er wäre auf albanischer Baustelle, der Typ Ich glaube, seine Freundin hat gesagt Wenn du das Spiel gewinnst Dann blow ich dir ein Deswegen schwitzt er so Junge, was geht bei dem ab, Alter? Wieso trifft er mich so heftig? Junge, Junge Jetzt ist nichts mehr Jetzt ist nichts mehr spaßig Jetzt ist gar nichts mehr spaßig Jetzt Oh mein Gott, nein Er pusht, er pusht, der Bastard Nein, komm her, komm Fick dich, fick dich jetzt Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Alter, nein, 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 nein Alter, nee, kein Bock mehr Das ist komplett idiotic pequców Nichts mehr